Und damit willkommen zurück zu Let's Play God of War Ragnarök. Jawohl, in der letzten Folge haben wir Heimdall erledigt und wir werden jetzt mal wieder ein wenig Nebengeplänkel machen. Denn hier zum Beispiel in der südlichen Wildnis haben wir noch einiges offen, was wir noch machen müssen. Gerade das Unentdeckte interessiert mich. Und dann haben wir hier oben auch noch dieses Unentdeckte Ding, wo ich glaube, dass das wieder so ein Yggdrasilriss ist, den wir brauchen, um den Gefallen für Ratataski endlich mal zu beenden. Und ich hoffe, dass hier unten auch noch irgendwo einer ist. Entschuldigung. So, da versagt einem glatt kurz die Stimme. Und dann würde ich sagen, wir begeben uns dann mal eben schnell zum nächsten Tor. Okay, hier schickt er uns lang. Und dann, genau, werden wir das erstmal machen, bevor wir dann mit der Hauptstory vorfahren. Was heißt das? Oh, Helka riecht etwas. Könnte sehr wichtig sein. Vielleicht sollten wir ihr folgen. Okay, Fährte des Überlebens. Wo sind die jetzt hin? Da. Äh, ja, mein Gott. Na komm, verfolgen. Dann machen wir halt das jetzt erstmal. Das habe ich jetzt auch nicht kommen sehen. Wo führst du uns hin? Okay. Sollen wir dem jetzt nachlaufen? Geht ja gar nicht. Dann fahren wir dem halt nach. Also, was machen wir jetzt? Wir müssen nicht sofort nach Hause, oder? Sieh mal. Spuren von unserer Superspürnase. Wir sind auf dem richtigen Weg. Helka, wir sind hier. Wir sollten ihr folgen. Wir sind doch dabei, Atreus. Entspann dich mal. So, dann schauen wir doch mal. Wieder neue Spuren. Mehr Pfoten erdrücke. Das kleine Sabbermaul ist unermüdlich. Mhm, wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Was haben wir da? Das sieht irgendwie nicht gut aus. Ach. Diese, diese komischen Lichter wieder. Hier und Lichter. Zack. Und du noch, komm. Da oben sollst du hinschießen, Atreus. So. Und genau, hier müssen wir lang. mehr Spuren von Helka. Ich muss sagen, ihre Spürnase für die Jagd ist so gut wie deine. Ihre ist besser. Die Augen können lügen. Die Nase nicht. Nimmst du dir jetzt, dich ab und zu in ein Tier verwandeln zu können? Nein. Da bin ich tatsächlich anderer Meinung. Ich glaube, die Nase kann sehr wohl auch lügen. Gut, was war das denn? Ah, super. Genau, hier waren wir neulich erst noch mit Freer. Ah, guck mal, da sind wir da Trauger. Hallo. Na, hat er noch nicht mal getötet? Hopp. So. Komm, machen wir es schnell. Jawohl. Und dann ist da wieder zu. Jaja, deswegen machen wir mal das Licht an. So. Guck mal. Wunderschön. So. Huch. Da sind gerade die ganzen Texturen aufgeploppt. So. Naja, komm, wir folgen dir ja. Wir folgen dir ja. Aha. Na dann, fahren wir mal hin. Du kannst zurückgehen, Helka. Wir übernehmen jetzt. Okay, das war schon der Gefallen. Okay. Und wo fahren wir jetzt hin? In, irgendwo da hinten hin. Okay, leider die völlig falsche Richtung, weil ich eigentlich da hin will. Aber gut. Schauen wir uns das mal an. Wie konnte Pirgir einen solchen Sturz überleben? Vielleicht durch Magie. Fragen wir ihn, wenn wir ihn aus seiner misslichen Lage befreit haben. Okay. Machen wir. So, jetzt segeln wir hier durch die Luft. Na, super. Fator hier. Na gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wo sind denn wir jetzt? In einer völlig unbekannten Region. Offensichtlich. Na gut. Oh, schick hier. Mystisches Tor wurde zur Karte hinzugefügt. Das ist ja schön. Dann würde mich jetzt noch interessieren, aber wir sind hier halt wirklich im Nirgendwo, ne? Also, wo auch immer das zu Wannerheim gehört. Ah, hier oben. Da oben sind wir ganz... Scheiße, wie riesig ist denn Wannerheim, bitte? Oh Mann. Na gut, dann gehen wir mal da oben hin. Das Signal wird gelebt. Nicht mehr lange, wenn der Drache sein Bild bekommt. Wird er nicht. Seht ihr, was ich sehe? Ein Blitzschlag. Nur dass er gefroren ist? So wie der in meinem Kampf mit Tor. Aber warum ist genau so einer hier in Wannerheim? Gute Frage. So, warte mal. Dann können wir eigentlich auch, wenn wir schon mal da sind... Der Krater, was haben wir da noch? Ah, guck mal. Yggdrasiris, Yggdrasiris, Yggdrasiris. Da haben wir dann noch einen Berserker. Okay, weil dann wähle ich mal eben das Ding hier ab. Das wundert mich jetzt nicht. Boah. Komm. Na. Komm. Uh. Genau, Drache. Erledige das. Drauger-Dämon. Aha. So, jetzt nur die Frage, wie erledigen wir den Drachen? Mhm. Okay, wir sollen hier irgendwo hin? Na, dann schauen wir doch mal. Das wundert mich jetzt nicht. Ich verstehe das nicht. Wir haben Wagen gelebt. Es ist nur ein Krater. Es war kein Krater, als sie hier lebt. Irgendetwas ist passiert. Was? Wie? Eine Explosion? Muss riesig gewesen sein. Möglich? Möglich? Äh. Okay. Ich sehe ein Altar da oben. Wenn wir hinkommen, können wir die Tageszeit ändern. Hm. Hm. Aber dafür müssen wir auch erstmal da hinkommen. Die leben hier doch alle friedlich miteinander. Wenn er mich nicht angreifen würde, oder wenn die... Boah. Was bist du eigentlich für ein Vieh? Uh. Ach. Doch. So, ein wie dich hatten wir schon mal. Ja, ja. Ja, ja. Na, komm. Boah. Ich brauch dringend diesen Gesundheitsstein. da ist jetzt halt wieder... Nur die Frage, wen ich zuerst bekämpfen soll. Boah. Ja, den Schild habe ich nicht mehr rechtzeitig rausbekommen. dann probieren wir es nochmal. Hilft dir alles nix. So. Ich mein, so dann vorbeisneaken werden es vermutlich nicht können, oder? Guck mal, wenn wir jetzt einfach mal so hier langlaufen, an der Seite und die einfach mal in Ruhe lassen. na, da kommen direkt wieder irgendwelche anderen. Ich frage es mir, von wo? Da oben, hä? Wo ist er denn? Da ist er. Ach ja. Aha. Guck mal, wie praktisch, dass der Drache den auf jeden Fall schon mal nicht unerheblich Schaden zugefügt hat. Jawoll. Ganz toll, danke dafür. Sehr gut, dann ist der schon mal down. Ja. Danke. Ich löse, Misty. Wie ist der Drache eben hier? Das interessiert mich gerade relativ wenig. Ist eigentlich sogar unser Glück, dass der Drache da ist. Weil dadurch haben wir die so schnell erledigt. So, jetzt nur die Frage, wie kommen wir da oben hoch. Gucken wir mal. Ich kann es hier irgendwo lang. Ja. Das heißt. Zack. Zack. Ah, super. Normalerweise gibt es immer drei Schwachstellen. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch eine. Ja, und wo? Ah, darf man wieder suchen gehen? Ah, jetzt habe ich diese dämliche Pflanze nicht gesehen. so, schauen wir mal. Machen wir hier hinten noch irgendwas? Vater, können wir beide eine Leier bauen? Das Instrument. Warum? Wir jagen, wir trainieren. Das sind die einzigen Dinge, die du tust, um dich abzulenken. Das sind keine Ablenkungen. Oh, natürlich. Da hinten ist nur Nornentruhe. Uh. Ja, ja. Ich weiß schon. Ich weiß schon. Komm, rüber da. Ach, Kratos. Warum darf ich mich da jetzt nicht rüberschwingen? Gucken wir mal, was haben wir hier noch? Da geht es aber auch nicht weiter. Okay. Treffen können wir uns da auch nicht. Und wie kommen wir da jetzt wieder hin? Warum darf ich da nicht rüber? Ach doch, jetzt darf ich es. Okay. Das hier? Was ist denn das? Vielleicht. So, was auch immer. Super, habe ich jetzt mal wieder nicht getroffen. Zack. So, weg. Mal, jetzt darf ich dich aber nehmen. Aha. Erstmal nehme ich das. Sprech. An dem Tag, als dieses Tal zerstört wurde, wurde mein Geist zerrissen, entzweigeteilt. Ein Teil von mir liegt da draußen bei meinem Körper. Wenn diese Schriftrolle wieder ganz wäre, wäre es vielleicht auch mein Geist und ich könnte Frieden finden. Was willst du, Geist? Ich, ich musste eine Nachricht überbringen. Die Asien und Troa, ich muss mich erinnern, die Nachricht muss überbracht werden. Es war wichtig. Mein Kommandant wartet auf meinen Bericht. Du musst ja lange gewartet haben. Sag, was ist das Letzte, woran du dich erinnerst? Ich sah rot auf die Asen und da waren diese roten Bäume. Bitte helft mir, mich zu erinnern. Dann kann ich euch sagen, was ich weiß. Okay. Vielleicht kann uns dieser Geist sagen, was sich im Tal ereignet hat. Wenn der Leviathan diesen Blitz eingefroren hat, glaubst du, das heißt, die Mutter war hier? Das heißt gar nichts. Wir wissen nicht, ob Faye hier war. Mag sein, aber der gefrorene Blitz erzählt dennoch eine Geschichte. Wenn wir wissen wollen, was hier passiert ist, brauchen wir die Erinnerungen dieses Geistes. Hm. Dann gehen wir. Genau. Das machen wir aber später. Jetzt schauen wir uns hier erstmal um. So. Gucken wir mal. Und da haben wir jetzt hier diesen Altar, den wir brauchen. Toll. Jetzt können wir Sonne und Mond bewegen. Ganz toll. Uh, da unten haben wir noch eine legendäre Truhe. Und da können wir... Ah, gucke mal. Dann können wir nämlich einmal dich nehmen. So, dann kommen wir hier auch runter. So. Zack. Weißt du was? Mein Gesicht, Juck. Da, wie mein Bart wächst. Wirklich. Ja, mein Kind. Ein Zukunft. Wache, Achtung! Oh, oh. Genau, Feuer du mal hierher, alles cool. Na, so war das jetzt. Genau. So, nehme ich mal eben mit und auf Wiedersehen. Ist das die zweite Hälfte vom Geist? Ja, oder? Ja, oder? Odin schickte Thor, um das Tal zu überwinden. Aber jetzt ist es wohl zu spät. Keine Sorge, wir kümmern uns um die Asen. Also, was weißt du noch über diesen Tag? Ich weiß noch, ich ging in eine Miethalle. Thor war da. Weißt du, warum er da war? Es hieß, er war auf der Suche nach einem Militärposten der Warnung. Ich wollte keinen Ärger, also bin ich schnell gegangen. Danach sah ich ihn nicht mehr. Aber vielleicht haben andere mehr gesehen. Guck mal, wieder ein Gefallen abgeschlossen. Ehrung der Gefallenen. Okay. So, super. Haben wir das jetzt auch erstmal wieder erledigt? Dann, genau, gehen wir da oben wieder hin. Ist der Drache, der ist schon wieder weg. So, genau, da hinten, da waren wir ja erst. Gehen wir hier oben wieder rauf, ja, werden sie. Mit Sicherheit werden die trocknen. Also stelle ich nicht so an. Verbesserung, Gucken wir doch mal. Gucken wir doch mal. Deine Feuerklingen sehen ganz schön kühl aus. Immer her damit. Mhm. Gehen wir's an. So, verbesserungsfähig. Chaosflamme. Jawohl, verbessern auf jeden Fall. Heiße Klingen, schon fertig. Sehr schön. Wie schaut es mit der Axt aus? Können wir die auch verbessern? Ne, können wir nicht. Und den Speer können wir so auch erstmal nicht verbessern, außer damit halt. Mhm. Mhm. Muss ich mir nochmal überlegen, was wir mit dem machen. Was kommt denn so? Willst du noch was sagen? Nö. Heimdall ist tot. Gut. Ach ja? Ich weiß nicht, was das Schicksal will, aber ich weiß, dass Heimdall ein preisgekröntter Schandfleck war, der massig Dreck am stecken hatte. Wenn er deinem Jungen etwas antun wollte, ist es gut, dass er nicht mehr unter uns weilt. Die Nonnen waren da anderer Meinung. Die Meinung dieser drei weggesperrten Jungfern ist doch nicht einmal einen Ziegenfurz in einem Wirbelsturm wert. Ihr habt es nun mal getan. Kein Grund, darüber zu jammern. Na gut, wenn du das sagst. Brock, als du Fake kanntest, war sie. Da muss ich direkt unterbrechen. Brock plaudert niemals was Vertrauliches aus. Nicht einmal, wenn es um die Verstorbenen geht. Deine Angelegenheiten draht sich ja auch nicht überall herum, oder? Schmiede schwatzen mich. So muss es einfach sein. Okay. So. Dann. Verspür, blablabla. Genau, das kennen wir eigentlich alle schon. So, dann müssen wir jetzt hier quasi die Nacht wieder einleiten. Das werden wir allerdings erst morgen in der nächsten Folge machen. Dann bedanke ich mich erstmal wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.